Märkte verändern sich, Produkte verändern sich, Unternehmen verändern sich und das ist gut so, das müssen sie auch. Wir kennen die Schwierigkeiten dieser Prozesse und diese Erfahrung wollen wir weitergeben. Am Papier schaut immer alles deutlich einfacher aus. Wirklich entscheidend ist ja, wie es dann in der Realität umgesetzt wird. Ein Architekt gibt ja auch nicht einfach die Pläne an den Bauern weiter und sagt, du kannst jetzt anfangen, mach mal. Das heißt für uns, das Unternehmen live vor Ort wirklich bei der Umsetzung zu begleiten, sich nicht hinter Theorien und Konzepten zu verstecken. Bis zum nächsten Mal.